absolut keine freundin mehr wieder an dem spiel digga warum ist alles was ich bekomme fucking duplikat ich habe schon wieder 23.700 renown habe ich ja auch schon digga alter ohne witz hatte ich doch jetzt auch schon vorher digga ohne witz das wird safe ein einteiler so schnell wie ich da durch renne ich habe noch 34 chance auf was legendäres habe ich jetzt schon aufgegeben safe nix dabei also mehr als 50 prozent weiß kann ich euch jetzt schon sagen einfach nur frustrierend auch ein duplikat digga sobald ich meine andere farbe als weiß dieses nur ein scheiß duplikat junge digga 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 k in wo die Scheiße, lohnt sich ja schon gar nicht mehr die ganzen Afropacks anzusparen, ohne Witz. Naja, komm. Das Opening ist nicht schon für mich geloffen indirekt, Digga. So viel Müll. Bitte, Black-Eyes, bitte. Oh Mann, was will ich mit dem Scheiß? Aber die Glass-Tarnung sah jetzt an sich nicht so schlecht aus, aber trotzdem. Ich zieh nur Müll. Nur Müll. Hatte ich doch auch gerade den schon. Oh Mann. Digga, wir können gleich wieder so viele Alpha-Packs aufmachen. Ah, was Legendäres, geil. Die sieht sogar lit aus, Digga. Boah, die sieht richtig heftig aus. Ich bringe dieses eine geile Sache in diesem gesamten Ding, das ich bekommen habe, ohne Witz. War auch schon geil. Also das war ja schon Premium. Ja, geht aber auch direkt wieder mit Weiß weiter. Ah, die sieht jetzt auch ganz edel aus, sag ich mal. Fake-Break-Eyes. Hab ich auch vorher gekriegt. Ich kann gerade eigentlich kaum was dazu sagen, weil ich einfach maximal frustriert bin. Ich hab noch nie so viel Weißes in meinem Leben gezogen. Und noch nie so viele Shotgun-Tarnungen. Universell, danke. War, glaub ich, auch wieder ein Duplikat hinter dem. Diash. Valkyrie. Ja, geht fit. Einfach nur ein Black-Eyes, was ich noch nicht habe. Habe ich auch schon. Habe ich das nicht vorher auch schon gekriegt in dem Opening jetzt gerade? Habe ich... Habe ich das nicht? LOL. Okay. Das waren jetzt alle Alpha-Pack-Säger. Absolut eine Enttäuschung. Kaufen uns hier nochmal 5. Und jetzt kaufen wir hier uns auch nochmal... nochmal 3 Stück. Oder wie viel halt noch geht. Ja. Dann ist es ein 99 Alpha-Pack-Opening. Ich schreib trotzdem 100. Titel. Und das nächste auch gerade wieder Weiß. Oh, und auch noch Duplikat. Irre. Bitte Black-Eyes. Aber ist universell. Wenigstens universell. Das Hosen-Tarnung will ich eh nicht. Selbst in den Packs, die wir im Nachhinein ziehen. Absolut. Müsst mich verarschen. Den zweiten legendären Skin für die Deagle. Und der sieht richtig scheiße aus. Digga ist der... Digga ist der... äh... ist der... der Scheiß-Love. Also die Dings des oben. Digga ist aus Holz. Realistisch, Bruder. Alles klar. Ich hab absolut Glück, wie man sieht heute. Ja, wir können uns sogar noch eins holen, dann sind es doch 100 Alpha-Packs. Abschließend kann man sagen, wenn jetzt in dem kein Geist drin ist, bin ich im Durchschnitt ziemlich angepasst. Ja, du mich auch. Ja, Jungs, also das war's mit dem Video. Motiviert bin ich jetzt nicht mehr. Wenn ihr trotzdem wollt, dass ich meine nächsten Alpha-Packs wieder spare, schreibt's in die Kommentare. Ansonsten bin ich weg. Haut rein. Ciao. Bis zum nächsten Mal.